Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem JavaScript Tutorial über Switch. Switch ist ähnlich wie IF, also ich zeige euch jetzt wie gesagt einfach alle Grundlagen, danach könnt ihr so richtig loslegen. Mit Switch kann ich quasi dasselbe machen wie mit diesem IF auch, nur teilweise eleganter. Manchmal nicht, manchmal schon, deswegen entscheidet euch, ob ihr ein Switch benutzen wollt oder ein IF, je nachdem was euch gerade lieber ist. Okay, Switch sieht folgendermaßen aus, wir haben hier oben irgendeine Expression drin, also irgendeine Sache, über die wir switchen wollen. Zum Beispiel könnt ihr hier eine Variable, eine Zahl reinnehmen oder einfach, was sinnvoll ist dieses Mal, ein Datum kreieren. Wie wir das mit Daten machen, das werden wir uns noch genauer angucken, keine Sorge, aber jetzt mal einfach als Beispiel. Geht natürlich auch über alle anderen Sachen. NewDate.getDay liefert uns Zahlen zwischen 0 und 6, wobei 0 der Sonntag ist, 1 Montag, 2 Dienstag und so weiter und so fort. Also nicht so wie wir es kennen würden, aber man kann drauf kommen. Okay, und jetzt können wir hier sagen, okay, falls hier eine 0 bei rausgekommen ist, haben wir einen Case 0. Also falls wir hier als Ergebnis 0 haben und da können wir dann auch einfach sagen, wir speichern dieses NewDate.getDay eine Variable und dann haben wir hier IF Variable gleich 0, IF Variable gleich 1, IF Variable gleich 2 und so weiter und so fort. Das wäre dann, oder else IF um genau zu sein, das wären dann unsere Alternative als IF. Das würde ich euch einfach mal als Übung empfehlen, das zu machen, ist wirklich eine super Übung. Und jetzt machen wir das Ganze mit einer Switch Case. Okay, falls also unser Datum, unser Tag der 0. Tag ist, dann sagen wir Window.Alert. Heute ist Sonntag. So, und jetzt brauchen wir was Wichtiges hier hinten dran, das braucht man nur wirklich hier gerade. Die anderen Anwendungen zeige ich euch dann noch, aber bei IF oder sowas gibt es dieses Break Statement nicht. Ich zeige euch auch gleich, was passiert, wenn man das nicht macht. Okay, und jetzt gehen wir einfach mal durch. Heute ist blöderweise Samstag, das heißt, ja, ich muss tatsächlich alle 7 Stück machen. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5 und das letzte wäre die 6. Okay. So, heute ist Samstag. Freitag. Donnerstag. Mittwoch. Dienstag. Und Montag. Okay. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann bekommen wir hier jeweils eine angepasste Meldung. Heute wird uns angezeigt, heute ist Samstag, was auch tatsächlich stimmt. Heute ist tatsächlich Samstag. Und das bedeutet, unser Switch hat hier funktioniert. Jetzt, was passiert, wenn ich dieses Break nicht mache? Ich mache mal diesen Case 6 weiter nach oben. Und lasse hier mal das Break raus. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ob ihr versteht auch, was passiert. Also diese 6 nach oben. Die Reihenfolge ist völlig egal. Die muss nicht geordnet sein. Aber es wird natürlich von oben nach unten durchgeprüft. Und vor allem bei dem Break macht es einen Unterschied, wie die Reihenfolge ist. Schauen wir uns mal an. Heute ist Samstag. Okay. Heute ist Sonntag. Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Das Problem ist, wenn ich das Break nicht mache, dann gehen wir einfach weiter nach unten durch. Das heißt, nach dem Ding hier gucken wir weiter. Okay. Hier steht kein Break. Falls hier kein Break steht. Also so. Dann schauen wir hier weiter. Case 0 interessiert mich nicht. Ich falle einfach tatsächlich weiter durch und gebe direkt window.alert aus. Wenn hier kein Break steht, dann mache ich genau dasselbe wieder. Das heißt, wenn ich einmal hier auf True kam, dann nehme ich einfach für die anderen Cases auch wieder True an. Und bei Break mache ich das folgende. Wenn ich einen Break sehe, dann springe ich ans Ende unserer Schleife oder unsere Statements, je nachdem was wir haben. Also ein Break befördert mich direkt von dieser Stelle nach hier unten, wo diese geschweifte Klammer zugeht. Das heißt, ich mache genau hier weiter. Wohingegen, wenn ich eben keinen Break habe, dann mache ich einfach direkt da weiter und nehme einfach an. Okay, Case brauche ich nicht angucken. Ich war ja schon einmal wahr, also gehe ich weiter nach unten durch. Ist natürlich nicht so praktisch, deswegen wird man hier meistens einen Break brauchen. Aber wenn ich zum Beispiel durchgehe und sage, wie viele Tage hat mein Monat, dann kann ich hier erstmal sagen, oder was für ein Monat ist es. Und ich möchte ausgeben, was für Tage oder wie viele Tage der Monat hat. Dann kann ich hier erstmal durchgehen und sagen, Case Januar, Case März, Case Juli, August und so weiter und so fort. Und dann eine Ausgabe 31, da brauche ich dann keinen Break haben, denn ich falle ja durch. Das heißt, ich habe dann sowas dastehen, Case bla 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 und dann erst gebe ich was aus, dann habe ich meinen Break und dann habe ich meine anderen Cases, die halt die zweite Ausgabe brauchen. Und die geben was anderes aus und ja, so macht es dann tatsächlich auch Sinn, warum man keinen Break brauchen würde. Aber in den meisten Fällen werdet ihr wahrscheinlich einen Break brauchen. Gut, soviel zum Switch Case. So funktioniert das Ganze, ist wie gesagt sehr ähnlich wie die If-Abfrage. Allerdings haben wir noch eine Sache und zwar das Default. Nehmen wir mal an, wir haben hier nicht irgendwas Fixes von 0 bis 6, sondern es kann auch noch bis 1000 hochgehen, weil irgendwie der User irgendwas eingegeben hat. Dann macht man normalerweise hier unten einen Default-Fall hin und dieser Default-Fall, der braucht natürlich keine irgendwie weitere Case-Vergleiche, sondern Default ist einfach quasi unser Else. Das heißt, wenn ich hier ein Default habe, dann gebe ich einfach was aus und danach brauche ich auch keinen Break mehr, weil danach bin ich ja so oder so fertig. Default sollte auch immer ganz unten stehen, also nicht weiter oben, denn Default wird immer wahr. Und ihr wisst ja, wenn was wahr geworden ist, danach prüfe ich nicht mehr. Okay, also hier zum Beispiel Default, window.alert, irgendwas ist schiefgegangen oder sowas. Keine Ahnung, könnt ihr euch dann aussuchen. In dem Fall braucht man das nicht, weil es geht ja in den Ausgaben von 0 bis 6, mehr gibt es ja gar nicht. Gut, wie gesagt, ich würde euch einfach mal empfehlen, das hier als If-Abfrage umzuschreiben und damit Spaß zu haben. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.